Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, wundervollen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich freue mich mega, wirklich absolut mega, Leute. Denn ich werde heute ein Mega-Neon-Pad machen. Und, ähm, genau, ich werde einen Mega-Neon-Hund mit euch zusammen machen. Und, ja, wir sehen uns dann einfach gleich bei der Neon-Höhle. Okay, Leute, ich bin jetzt an der Neon-Höhle angekommen, also in der Neon-Höhle. Und jetzt, ähm, holen wir hier gleich nochmal was, also unsere Hunde raus. Ah, ne, der heißt fertig. Oh mein Gott, Leute, ich habe mir schon immer ein Mega-Neon-Pad gewünscht. Und vor allem noch ein Hund, das ist ja mega krass. Ich freue mich mega, Leute. Und der letzte, oh mein Gott, 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 ein Mega-Neon-Hund. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein allererstes Mega-Neon-Tier. Und ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin, oh mein Gott. Den werden wir gleich. Ähm, Fluffy, oh mein Gott, der heißt Fluffy. Nee, 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 Leute. Ähm. Jetzt. Machen, Rot. Nein. Okay, Leute, ich mache das schnell. So, Leute, ich habe das Ganze jetzt umgeändert. Und zwar in so Regenbogenherzeln, weil er ist ja in Regenbogenfarben. Und deswegen dachte ich mir, Regenbogenherzeln ist auch sehr schön, Leute. Und jetzt werde ich mir noch ein paar Trades oder Offer dafür anschauen. Okay, Leute, diese Person gibt ein Ausgeheck. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so fair für mich. Also ich möchte es nicht. Das ist leider nicht so fair. Leute, das ist ganz gut eigentlich. Aber ich möchte meinen Mega-Neon-Hund nicht traden. Okay, Leute, das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss.